Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schon wieder muss ich mich zum Thema Straßennamen in Wetzlar äußern. Das liegt daran, dass es eine Initiative der Linkspartei in der Stadtverordnetenversammlung zu diesem Thema gab, in der darauf hingewiesen wurde, dass man nicht genug Straßen mit Frauennamen habe, obwohl es wahrlich genug bemerkenswerte weibliche Persönlichkeiten in unserer Stadt gibt. Schon vor einigen Jahren habe ich hierzu mal Vorschläge gemacht, aber auf mich hört ja keiner. Denn ich bin nun mal ein alter, weißer Mann, wofür ich zwar nichts kann, was mich aber dennoch verdächtig macht. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, werte Stadtverordnete, allerwerteste Oberbürgermeister und hochgeachtete Magisträte, hier folgen die einzig wahren Vorschläge in Sachen weibliche Straßennamen. Zuerst muss mal Schluss sein mit dem Übergehen der Ehefrauen von Mandatsträgern, denn mittlerweile haben die Gattinnen ja auch so ihre Ämter. Wenn wir noch weitere Sperrungen an der Taubensteinbrücke erleben müssen und wir dazu genötigt werden, mit unseren Fahrzeugen mehr oder weniger elegante Wendungen zu vollziehen, die einer Tanzformation in nichts nachstehen, sollte endlich zur Wolfgang-Kühle-Straße auch der Lulu-Kühle-Kreisel eingerichtet werden. Habe ich das nicht schon vor einigen Jahren gefordert? Egal, denn vermutlich ist die Tatsache, dass unsere liebe Lulu ausgerechnet den Vorsitz eines gießender Tanzsportclubs innehat, ein gewisses Hindernis. Aber gerade in diesen Zeiten sollte eine Ost-West-Annäherung im Kleinen möglich sein, wenn sie schon nicht im Großen funktioniert hat. Warum nicht den Domplatz in Anna-Stamer-Forum umbenennen? Denn immerhin hat die rüstige, reife Dame es geschafft, dass sich über 100 Leute auf Fotos mit ihr zusammen gegen das geplante Parkhaus aussprechen. Wenn wir jetzt noch die anderen 53.088 Einwohner unserer Stadt dazu bewegen, sich ebenfalls ablichten zu lassen und die Firma Papier-Ludwig als Sponsor für ein neues Pappschild einspringt, kann der Magistrat endgültig einpacken. Und ich will jetzt endlich eine Dorothea-Marx-Straße. Wie oft soll ich das denn bitteschön noch fordern? Denn erstens wäre unsere Stadt ohne Frau Marx zwar denkbar, aber weniger heiter. Und zweitens könnten wir den Linken und der SPD mit Marx heimlich eine CDU-Frau als eine Art trojanisches Pferd unterjubeln. Bis die gemerkt haben, was da läuft, sind die Straßenschilder schon in der Erde und der erste Seniorentreff findet unter freiem Himmel statt. Und was ist bitteschön mit Sigrid Kornmann von der FDP? Seit Jahrzehnten politisch aktiv und immer noch ohne Straßenschild. Vermutlich ärgern sich Sandra-Ine Könecke und Dr. Ulrike Göttlicher-Göbel von der SPD schon länger, dass sie sich für diese Doppelnamen entschieden haben. Denn irgendwann kippen vermutlich die Straßenschilder seitlich um, weil sie einfach zu lange sind. Es gibt übrigens in unserer Stadt ein Ehepaar, das mich entscheidend politisch sozialisiert hat. Er, Karl-Peter Greis, hat schon vor Jahrzehnten durch kreative Aktionen für Aufsehen gesorgt. Und sie, Dr. Barbara Greis, hat sich nicht nur an meiner ehemaligen Schule, sondern auch in der Stadtpolitik engagiert. Und deshalb wäre es nun wirklich an der Zeit, die Zufahrtsstraße zur Bibelschule in Barbara Greisring umzubenennen. Übrigens steht meines Wissens nirgendwo geschrieben, dass man erst Jahrzehnte unter der Erde sein muss, damit man über der Erde gewürdigt werden kann. Und nichts gegen Landes-Ehrenbriefe und Bundesverdienstkreuze, aber so ein Straßenname macht doch erheblich mehr her. Vielleicht überdenkt ja unsere CDU die Idee mit der Helmut-Kohl-Brücke über die Bahnhofsgleise nochmal und kann sich dazu durchringen, stattdessen Angela Merkel den Vortritt zu lassen. Aber vielleicht will man ja gar nicht, dass sie uns so genau an diese Kanzlerin erinnern?